In dieser Podcast-Folge schauen wir uns mal die Frage an, okay, muss es eigentlich immer ein neues Aquarien-Layout sein, wenn ich mich daran satt gesehen habe? Ich denke, gerade wenn dein Aquarium jetzt schon etwas länger steht, kommt ja zwangsläufig diese Frage auf. Aber gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit, ein bisschen mehr frischen Wind ins Aquarium reinzubringen, ohne direkt das ganze Aquarium neu machen zu müssen? Und wir schauen uns die Frage an, was sich bei mir innerhalb von 15 Jahren Aquaristik alles so für Pannen aufgetürmt haben. Und damit würde ich sagen, das wird gut. Let's go! Herzlich willkommen bei Aquaraffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 68. Folge des Aquaraffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Und ich würde sagen, deswegen schnacken wir nicht lange drum herum. Wir gehen direkt ins erste Thema rein, nämlich der Frage, muss es eigentlich immer ein neues Layout sein, wenn ich mich an meinem Aquarium satt gesehen habe. Und ich denke, der ein oder andere, beziehungsweise die meisten von euch sollten es eigentlich haben, dass ihr, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, vielleicht schon Aquarien habt, die zumindestens mal ein oder vielleicht auch zwei Jahre sogar schon stehen. Und dann kommt man ja so irgendwann an den Punkt und sagt so, so langsam wird dieses Aquarium echt langweilig. Ich habe mich jetzt, ja, sagen wir einfach mal satt gesehen daran und würde vielleicht gerne einfach mal was Neues in meinem Zimmer, in meinem Raum, wo das Aquarium drinne steht, haben. Einfach ein neuer Blickfang dann auch mit dabei zu haben. Und meine Aquarien stehen meistens so zwischen zwei bis drei Jahren. Also ich glaube, das Längste, was ich hatte, war zwei, drei Vierteljahre ungefähr so. Also sagen wir mal knapp an die drei Jahre. Und da habe ich dann aber auch echt gemerkt, so okay, so dieses letzte halbe Jahr, ich habe nicht mehr viel Liebe in dieses Aquarium oder in dieses Layout mit reingesteckt. Sagen wir es mal besser so. Ich habe mich natürlich um die Tiere darin natürlich gekümmert, aber natürlich jetzt nicht mehr so den Rückschnitt forciert oder halt. Es war halt einfach so das Bedürfnis da, okay, weißt du was, ich muss einfach mal was Neues da stehen haben. Und an sich ist das ja erstmal auch kein Problem, dass man sagt, hey, wenn ich mir das Aquarium hinstelle und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit merke, so okay, ich möchte gerne mal was Neues haben, dann kann man natürlich auch da auf jeden Fall immer natürlich ein neues Layout hinzaubern. Ich habe dasselbe Problem jetzt bei zwei Becken, die ich jetzt hier stehen habe. Einmal ein Mini-M-Becken, was momentan ja mit Dragonstone da steht, was jetzt knapp ein Jahr alt ist. Und da muss ich sagen, ich habe mich wirklich an dem Layout an sich satt gesehen. Also nicht satt gesehen, sondern an den Pflanzen, die da so mit drin sind. Das heißt, wie das Ganze aufgebaut ist, aber an dem Layout des Hardscapes noch nicht. Wo ich dann sage, okay, jetzt wieder was ganz Neues da hinzusetzen, macht ja jetzt nicht so viel Sinn. Das heißt, da kann man natürlich überlegen, okay, gibt es da andere Möglichkeiten, vielleicht das Aquarium umzugestalten und nicht ganz neu zu machen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber natürlich auch zum Beispiel das Alpen 60P, was noch nicht auch so alt ist. Also es ist jetzt knapp anderthalb Jahre, geht dann vielleicht, bis es dann vielleicht mal neu gemacht ist, so in ein, Dreivierteljahre rein. Das heißt aber auch noch eigentlich kein Alter für Aquarien. Und das ist ja auch meistens so der Vorwurf, gerade wenn man so ein bisschen ins Aquascaping reinschaut, so aus dem Aquaristikblick heraus. Ja, hey, wenn du ein Aquascape betreibst, dann ist das ja total kurzlebig und ja, du hast einfach nur das Aquarium da stehen, dann sieht es mal für irgendwie ein halbes Jahr gut aus und dann sagt man schon, okay, ich mache mal wieder was Neues. Und das ist ja so der allgemeine Vorwurf ans Aquascaping und genau über diesen Vorwurf oder beziehungsweise über dieses Thema, auch Umgestaltung von Aquarien, habe ich mit dem Stefan von Liquid Nature auf der Interzoo gesprochen. Und er hatte da eher so eine differenziertere Meinung. Bei mir ist es halt so, dass ich denke, okay, klar, natürlich kommt halt Aquascaping oft so rüber, dass es halt kurzlebiger ist, aber eher aus dem Grund heraus, dass das Ganze natürlich hier auf Social Media stattfindet. Das heißt, wenn du jetzt hier auf dem Podcast zuhörst beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal zuschaust, dann ist es natürlich so, dass ich davon profitiere, wenn ich euch immer wieder mal neue Becken zeigen kann, neue Einrichtungsvideos. Das heißt, alles das, was halt so hier passiert, das nehme ich ja auf. Und wenn ich jetzt ein Aquarium hätte, was so zwei, drei, vier, fünf Jahre steht, dann habe ich ja nicht sonderlich viel zu zeigen beziehungsweise nicht so viele neue Dinge zu zeigen, was ja auch gerade das Spannende unter anderem auch mit dabei ist, gerade wenn man halt auf Social Media unterwegs ist. Und Stefan hatte dagegen halt eher so die Einstellung dazu, okay, hey, in meinem Store, also Liquid Nature, gibt es ja auch in Wien einen richtigen Zoohandel oder einen richtigen Aquascaping-Store von denen. Und da ist es halt so, dass die Becken halt deutlich länger stehen, also vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das älteste Becken oder das älteste Layout ist, was die da drin stehen haben. Aber das ist halt so die Richtung, in der er argumentiert hat, dass halt Aquascaping auch langlebig sein kann. Und ja, auch selbst mit dem Hintergedanken, okay, ich möchte mal was Neues haben, man immer mal wieder neue Spielarten da so mit reinbringen kann und das Ganze halt nicht so zu sehen ist, okay, hey, ich habe Aquascaping und ich muss mich immer wieder neu erfinden, immer wieder was Neues, was Cooles da in das Aquarium reinzaubern, sondern man kann halt auch mit alten Aquarien oder mit älteren Aquarien halt wirklich sehr, sehr viel Freude haben. Und da muss ich sagen, hat mich diese Diskussion wirklich gecatcht, weil ich dachte so, okay, eigentlich ist das ja auch das, was ich in den Videos auf meinem Hauptkanal immer wieder gepredigt habe, dass halt ein Aquarium eigentlich auch länger stehen kann und immer nur, wenn es halt wirklich nicht mehr gefällt, also auch das Gesamtlayout nicht mehr gefällt, dann kann man das Aquarium neu machen. Also es gibt jetzt da keinen Zyklus, der sagt so, du musst jedes halbe Jahr oder Jahr dein Aquarium neu machen, sondern wenn es einem nicht mehr gefällt, dann macht man es neu. Aber, und da kam nämlich dann der Punkt, wo ich dachte so, okay, wenn ich jetzt durch diese Diskussionspunkte, die wir hatten, beziehungsweise meine eigenen Gedanken durchgehe, dann kann man ja doch schon einiges machen, ohne sein Aquarium komplett neu zu gestalten, sondern es einfach nur umzugestalten. Das heißt in dem Falle, dass das Layout, also das grobe Layout zum Beispiel durch Hardscape, durch Wurzeln und Steine erhalten bleibt, aber halt sich immer wieder andere Dinge ändern. Und da gehen wir nämlich jetzt gleich ein bisschen rein, weil ich dachte, das ist eigentlich eine ganz coole Sache hier für diesen Podcast, weil ich denke, vielen von euch würde es so gehen, dass man sich vielleicht mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sagt, hey, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen satt daran gesehen, ich würde gerne mal irgendwas an dem Aquarium anders machen, nochmal irgendwo einen Eyecatcher mit reinbauen oder sowas. Und deswegen gucken wir uns diese Dinge jetzt nämlich an. Und da ist der erste Punkt natürlich ganz klar, wir haben ja meistens einen Bodengrund im Aquarium und der ist halt in der Regel zu Beginn fix. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt natürlich ein klassisches Layout aufbaut, dann hat man meistens in der Regel vielleicht nur Kies mit drin oder vielleicht noch irgendwie ein bisschen Nährboden darunter. Viele gehen natürlich jetzt aufs Soil, aber man kann natürlich auch ein Layout am Anfang aufgebaut haben, so wie ich das jetzt hier fast bei jedem Becken gemacht habe, wo man ja mehrere unterschiedliche Level, so nenne ich das jetzt mal, hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Vordergrund, dann habe ich zum Beispiel irgendwie Steinaufbauten, die dann den Vordergrund, also den Bodengrund, so ein bisschen abgrenzen und dann vielleicht den Hintergrund oder Mittelgrund. Also da kann man ja verschiedene Stufen mit einbauen. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass beim Mini M halt eine vorderste Schicht nur mit Sand aufgefüllt ist. Das heißt, dass ich nicht den Bodengrund, den ich drin habe, nämlich Soil, wirklich bis vorne durchgezogen habe, sondern den Bodengrund vorne mit Sand bedeckt habe. Und das kann man natürlich immer mal wieder machen, gerade wenn du halt jetzt natürlich ein Layout hast, was das erlaubt. Wenn du jetzt einfach nur so ein bisschen von vorne nach hinten aufsteigend Kies reingefüllt hast, dann wird das vielleicht nicht unbedingt funktionieren. Aber wenn du jetzt halt wie bei mir verschiedene Treppen hast, dass man einfach mal den Bodengrund einer Ebene so ein bisschen austauscht. Zum Beispiel bei mir, dass ich zum Beispiel sage, okay, hey, vorne gefällt mir jetzt kein Sand vielleicht mehr, sondern ich hätte gerne Soil und möchte dann das vorne zum Beispiel begrünen. Oder dass ich zum Beispiel natürlich dann auch sagen kann, okay, ich kann natürlich auch direkt zum Beispiel Pflanzen in den Bodengrund mit reinpflanzen und dann somit halt den Bodengrund etwas ändern von der Form beziehungsweise vom Bewuchs her. Das heißt, das ist natürlich total einfach möglich. Man kann das natürlich auch in andere Richtungen machen, dass man zum Beispiel dann den Soil austauschen würde gegen Sand. Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Ihr könnt ja einfach mal in euer Aquarium reingucken, was da so möglich ist. Und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge möglich. Lasst euch das gesagt sein. Das ist so der erste Punkt, der mir eingefallen ist. Auf dem weiteren kann man natürlich gucken, okay, kann ich denn irgendwie anderes Hardscape nutzen beziehungsweise das Hardscape, was ich jetzt mit drin habe, erweitern. Ich kann euch ja hier eine kleine Anekdote erzählen von meinem Alpen 60P. Da ist es jetzt natürlich so, dass ich das alles wirklich verklebt habe. Das heißt, in dem Falle könnte ich jetzt nicht einfach irgendwelche Steine rausnehmen und die gegen andere ersetzen. Ich kann aber natürlich immer Steine hinzufügen beziehungsweise kann natürlich zum Beispiel auch Holz mit hinzufügen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe da in meinem Zoohandel irgendwie eine ganz coole Wurzel gesehen, die möchte ich unbedingt haben und da mit reinbringen, dann geht das natürlich. Also das heißt, da kann ich das Grundlayout natürlich erhalten durch die Steine, aber natürlich dann trotzdem weiterhin andere Dinge noch hinzufügen. Und das ist halt auch eigentlich so ein bisschen ein lebendes System. So kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass sich halt einfach ein Aquarium mit den Jahren verändert, mit den Jahren vielleicht auch reift und dann einfach eine etwas andere Form mit annimmt. Das sind halt so die Punkte. Wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel nichts verklebt habt, dann kann man natürlich auch ganz klar zum Beispiel Hardscape mit rausnehmen. Ich würde euch an der Stelle raten, wenn ihr jetzt große Steine oder sowas habt, macht da nicht zu viel, dass ihr halt jetzt irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt hier alles raussammeln, weil dann könnt ihr es halt auch neu machen, zumal man halt auch immer darauf gucken muss, gerade wenn man so ein bisschen umgestaltet, dann wenn man jetzt einfach nur mal so ein bisschen den vorderen Bodengrund so ein bisschen absaugt und da was anderes drauf macht, dann ist es halt nicht so dramatisch. Wenn ihr jetzt auf einmal anfangt, das ganze Ding umzugestalten mit den Steinen schon da drinnen, dann sollte man halt auch natürlich gucken, okay, ergibt das zum einen überhaupt Sinn, mache ich es nicht am besten dann direkt neu oder ist es halt dann vielleicht auch besser, zum Beispiel Fische und Garnelen und Schnecken aus dem Aquarium für die Zeit rauszubringen, anstatt dann halt diese ganze Umstrukturierung, was halt auch Stress dann bedeutet für die Tiere, dann mit dem Aquarium, mit voll besetztem Aquarium zu machen. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch Pflanzen abändern. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel vorne zum Beispiel schön eine Eleocharis-Art habt, das heißt so eine schöne grasartige Pflanze und sagt, nee, hey, da habe ich mich jetzt satt gesehen oder die wächst nicht mehr gut, dann nimmt man die halt raus und bringt zum Beispiel eine andere Pflanze mit rein, zum Beispiel Glossus stigma oder zum Beispiel Lilealopsis brasiliensis. Mein Gott, diese lateinischen Namen sind immer echt ätzend für mich. Egal. Aber das heißt, da kann man natürlich auch Pflanzenarten untereinander austauschen. Das heißt zum Beispiel Bodendecker gegen einen anderen Bodendecker oder Mittelgrundpflanzen gegen andere Mittelgrundpflanzen. Man kann natürlich auch mal schauen, ob man die halt einfach tauschen kann, zum Beispiel Mittelgrundpflanzen in den Vordergrund oder in den Hintergrund, also dass man da halt so ein bisschen mitspielt. Man kann zum Beispiel auch, wenn du eine Rotala im Aquarium hast, die so schön orange-rot ist und man sagt, hey, ich möchte jetzt mal was anderes sehen, kann man ja zum Beispiel auch diese Rotala durch eine Rotala Green austauschen, und die dann halt nur grün bleibt. Das heißt, das macht ja auch schon was mit dem Aquarium. Allein, dass du halt eine ganz andere Pflanzenwahl hast, verändert ein Aquarium ja schon auch enorm krass in der Wirkung. Oder zum Beispiel Moosarten wechseln. Wenn ich jetzt irgendwie Java-Moos habe, dann zum Beispiel auf eine andere Moosart zu setzen. Also das geht natürlich immer. Das heißt, da kannst du dich frei fühlen. Das kann man ja auch sehr, sehr schön Schritt für Schritt machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, erstmal wechsle ich jetzt meinen Boden, also meinen Vordergrund aus und mache dann vielleicht nach einem Monat nochmal irgendwie meine Hintergrundpflanzen nochmal ein bisschen anders. Das heißt, dass es so ein stetiger Prozess ist, wo man ja auch so ein bisschen Spaß zumindest dran hat. Das ist halt so bei mir der Fall. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch das gesamte Pflanzen-Layout dann verändern. Was meine ich jetzt damit? Wenn ihr jetzt natürlich ein Aquarium angelegt habt, dann wird das meistens zum Beispiel so aussehen, okay, ihr habt eine Insel in der Mitte. Das heißt, dass die meisten Pflanzen sich irgendwie in der Mitte befinden. Oder zum Beispiel, ihr habt vielleicht, wenn ihr nach einem bestimmten Layout arbeitet, eher an den Rändern bepflanzt. Das heißt, an den Rändern, so wie bei meinem Alpen 60p, sehr hohe Pflanzen. Das nennt man dann zum Beispiel, wenn es halt an den Rändern so hoch geht, ein konvexes Layout. Man kann aber zum Beispiel auch ein konkaves Layout mal ausprobieren. Das heißt, dass man an den Rändern halt eher niedrig ist mit der Bepflanzung und dann dafür in der Mitte was höher wird. Das heißt, da kann man sehr, sehr viele verschiedene Spielarten mit einbringen. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich habe eher ein klassisches Layout, einfach nur ein paar Steine mit drin und dann halt zum Beispiel einfach nach hinten, von vorne nach hinten aufsteigend, auch mit den Pflanzen. Dann kann man ja zum Beispiel auch mal ausprobieren, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt eine Art Dreieckslayout mache. Das heißt, an der einen Seite eher auf Bodendecker oder auf Mittelgrundpflanzen setze und auf der anderen Seite das dann immer weiter ansteigen lasse, Richtung zum Beispiel der rechten Seite, sodass da halt eher wie ein Dreieckslayout dann rauskommt. Das heißt, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, mit dem Aquarium, was man jetzt gerade schon hat, mit dem Layout sehr, sehr viele unterschiedliche Looks zu erzeugen. Und man muss nicht immer wieder sein Aquarium neu machen. Das heißt, es gibt wirklich eine Menge an Spielmöglichkeiten, wie ihr mehr frischen Wind in euer Aquarium mit reinbringen könnt. Und genau, das möchte ich euch eigentlich, oder wollte ich euch hier vor allem mit diesem Thema so ein bisschen näher bringen. Das heißt, nicht immer direkt Aquarium abbrechen, wenn einem irgendwas nicht gefällt, sondern vielleicht auch mal überlegen, hey, ja, wie könnte ich denn jetzt da vorgehen? Und genau das werde ich nämlich auch machen. Bei dem Mini M werde ich mir jetzt was anderes überlegen, wie kann ich das ein bisschen ja nochmal aufpäppeln, gerade von den Pflanzen her vielleicht. Was würde ich da vielleicht für andere Dinge noch mit einbringen, wohingegen dann das alten 60P an der Stelle dann erneuert wird und auch gegen ein ganz neues Aquarium ausgetauscht wird. Und das ist natürlich schon das richtige Stichwort an der Stelle, nämlich neues Aquarium. Und da kommen wir jetzt zu den Update-Runden, denn ich habe gesagt, okay, ich möchte einfach mal an der Stelle ein komplett neues Aquarium bei mir mit drin stehen haben. Ich habe ja hier das Clear Garden 60PXD an der Stelle, was ungefähr, ich glaube, 80, 86 Liter hat. Also Bruttomenge, netto ist das natürlich dann nochmal ein bisschen weniger. Aber da habe ich mir gedacht, okay, hey, da muss einfach mal was Neues hin. Und mir schwebt so ein bisschen vor, etwas größer zu werden, einfach damit man mehr Auswahl auch gerade bei den Tieren hat, die in das Aquarium mit rein sollen, weil es natürlich immer so ist, gerade wenn du 80 Liter hast, bist du da schon etwas, also 60 Zentimeter Kantenlänge, bist du da schon etwas begrenzter, was so Tiere angeht, die vielleicht ein bisschen mehr Freiraum brauchen. Das heißt, mir schwebt irgendwas so vor zwischen 120 bis 180 Liter. Das Problem ist an der Stelle so ein bisschen, das soll transportabel bleiben, weil an der Stelle gegen Ende des Jahres bei mir ungefähr so ein Umzug ansteht. Und wenn ich da jetzt natürlich überlege, hey, so ein 180-Liter-Becken, was jetzt gerade neu eingerichtet ist, also was man dann nicht wieder abbrechen möchte komplett, ja, das wird schon echt schwer. Gerade wenn man das Wasser dann trotzdem zwar abgelassen hat, aber da noch ein bisschen Wasser mit drin ist, das halt vielleicht irgendwie in den ersten oder zweiten Stock oder unter ein Dachgeschoss zu tragen, könnte schwierig werden. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich habe mir mal verschiedene Aquarien rausgesucht und da muss ich sagen, ich finde es im Moment echt schwierig, Aquarien sich rauszusuchen, die keine schwarze Naht haben. Ich finde ja so schwarze Nähte, mein Rio 125 damals, das hatte ja schwarze Nähte und irgendwann habe ich so gedacht, nee, boah ey, das... Also es gibt ja Leute, die mögen das gerne, weil das Aquarium dann oder die Scheibe so ein bisschen eingerahmt aussieht. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt so schön. Deswegen bin ich halt eher auf transparenten Nähten und da wird es halt dann schon dünn bei den klassischen deutschen Aquarienherstellern. Also ich hätte jetzt auch gerne mal gesagt, okay, ich probiere halt mal irgendwie was Klassisches aus, aber dafür werde ich halt nicht so richtig fündig. Und da ist mir dann zum Beispiel das Eheim Clearscape, was halt so die Scaper-Reihe von Eheim ist, so ein bisschen in den Sinn gekommen, was man nehmen kann. Ansonsten Oase, natürlich mit der Scaper-Line oder zum Beispiel auch das UNS-Becken, 75 Zentimeter Kantenlänge, was dann halt auch so ein bisschen in diese Richtung 120, 130 Liter mit reinkommt. Aber zum Beispiel auch der Aquael Opti-Tank mit 80, also der Aquael Opti-Tank 80. Das sind so die Becken, die ich jetzt momentan in der engeren Auswahl habe. Ich habe mir an der Stelle gesagt, ich würde auch gerne direkt einen passenden Unterschrank dazu nehmen. Ich habe den Unterschrank damals selber gebaut bei diesem Becken, was jetzt das Alpen 60P ist. Ich muss sagen, ich glaube, diesen Stress habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir den nochmal anzutun. Also einfach ein ganz normaler Unterschrank von der Stange oder vom Hersteller sollte es schon werden. Aber gerade mit solchen Sondermaßen, irgendwie 75 Zentimeter Kantenlänge, ja, da findest du halt fast keinen Unterschrank am Markt. Das heißt, das wird halt schon extrem schwierig. Aber da bin ich halt jetzt so ein bisschen auf der Suche und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Monaten dann vielleicht das ein oder andere euch dann nochmal präsentieren kann und natürlich dann auch das ein oder andere auf meinem Hauptkanal dann auch zu sehen ist. Genau, ansonsten geht es natürlich auch immer in der Update-Runde um meine App Aqua Helper, aber da muss ich im Moment sagen, gibt es gerade nicht so viel Neues. Ich habe bisher leider nur zwei Funktionen seit der letzten Podcast-Folge mit reinbringen können. Das betrifft zum einen den Bodengrundrechner. Da wir ja gerade eben passenderweise schon so ein bisschen über den Bodengrund gesprochen haben, kann dieser Rechner jetzt auch das Insellayout dir mit berechnen. Das heißt gerade, wenn du ja in der Mitte so einen Hügel anschütten möchtest, ist es natürlich etwas anders zu berechnen, als beispielsweise, wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz normales von vorne nach hinten aufsteigendes Layout hast. Und ja, genau. Von daher habe ich da jetzt eine Erweiterung mit reingebracht. Das wird natürlich in der Zukunft auch nochmal immer wieder erweitert werden. Aber das ist jetzt erstmal so der Stand, den wir jetzt haben. Und dann gibt es noch an der Stelle die Silikat-Messung. Das heißt gerade, wenn du jetzt zum Beispiel auch Silikat in deinem Aquarium misst, dann ist es natürlich jetzt so, dass das bisher in der App nicht speicherbar war. Und da habe ich jetzt ein kleines weiteres Feld hinzugefügt, sodass du jetzt halt die Möglichkeit hast, dann auch für dein Aquarium die Silikat-Werte zu speichern. Das heißt, das sind schon mal so zwei Punkte, die jetzt mit in die App mit reingekommen sind. Und dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Es ist halt im Moment ein bisschen schwierig. Es passiert gerade in meinem Privatleben unglaublich viel, sodass ich halt mit Masterarbeit sehr viel im Privatleben, mit YouTube, mit dem Podcast hier im Moment gerade nicht ganz so viel Zeit zum Programmieren finde. Das heißt, auch gerade die iOS-Version, ich hatte ja die für die zweite Jahreshälfte angekündigt, das werden wir auf jeden Fall auch schaffen, aber rechnet auf jeden Fall damit, wenn du jetzt ein iOS-Gerät hast, dass diese App nicht vor Herbst kommen wird. Also nur, weil jetzt halt gerade die zweite Hälfte des Jahres angebrochen ist, heißt es nicht, dass diese sofort kommt. Rechnet mal eher gegen Ende, also quasi gegen Herbst, Winter irgendwie damit, weil da noch einige Arbeiten zu tun sind, auch gerade im Vorfeld noch für die Android-Version der App sind auf jeden Fall einige coole Features noch geplant. Ich muss halt einfach nur leider die Zeit finden, um mich da wirklich hinzusetzen, das runter zu programmieren, aber wenn man dann einmal die Zeit findet, dann macht es halt auch Spaß und geht dann halt auch so ein bisschen gut von der Hand runter. Genau, so viel quasi zu den Punkten der Updates und dann kommen wir jetzt zu den Punkten, die euch sicherlich, ja, vielleicht interessieren werden, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich amüsant, gerade als ich auch dieses Skript hier für den Podcast so ein bisschen runtergeschrieben habe, dachte ich mir so, okay, ist es ja doch schon einiges an, Entschuldigung, Mist passiert in den letzten Jahren, wenn man sich einfach mal so 15 Jahre, ich habe mal so grob überschlagen, es könnte 15 Jahre jetzt her sein, dass ich mit der Aquaristik angefangen habe. Was da so passiert ist, was man für Pannen hatte, das ist echt nicht mehr beschreibbar und vielleicht kann der ein oder andere aus der einen oder anderen Panne, die ich jetzt hier erklären werde, da auch nochmal so ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ist es auch einfach nur so ein bisschen, ja, quasi um euch so ein bisschen zu entertainen, zu ermuntern, einfach, dass man so ein bisschen selbst über sich lachen kann. Naja, wir gehen einfach mal rein und vor 15 Jahren hatte ich ja noch nicht wirklich die Erfahrung. Man startet gerade in die Aquaristik rein, ich hatte damals das Glück, dass wir in der Schule bei uns ein Schul-Aquarium hatten, wo ich dann halt so ein bisschen, ja, die Lust an der Aquaristik entdeckt habe und habe dann von meinen Eltern zu Weihnachten ein Aquarium geschenkt bekommen, habe das Ganze auch wirklich schön eingerichtet, dann die Tiere rein, ja, und dann so mit den Jahren oder mit den Monaten Wasserwechsel gemacht und, klar, das war zwei, drei Monate her, dass ich das Aquarium dann auch wirklich hatte, habe wie immer, wie man mir halt im Zooladen gesagt hat, meinen Wasserwechsel gemacht, hatte damals noch eine schöne Mulmglocke, und an der Mulmglocke konnte man so schön oben einstellen, wie der Wasserfluss sein soll und ich habe das immer genutzt, um halt, wenn ich den einmal voll hatte, den Wasserfluss quasi abzustellen, den Schlauch wieder ins Aquarium reinzuhängen und dann, ja, zu sagen, okay, ja, ich bringe das Wasser jetzt weg. Ja, und wenn man nicht so richtig aufpasst, dann kann es halt auch manchmal sein, dass man diesen Verschluss nicht ganz zumacht, sondern halt nur so ein bisschen und dass sich der Schlauch, wenn man den gerade ins Aquarium reingehangen hat, während der Zeit, während man sein Wasser entleert, dann löst und dann sich mehrere Liter, also ich würde es jetzt mal grob auf 10 bis 20 Liter schätzen, dann einfach ins Aquarium, ins Zimmer ablaufen. Das heißt, mein Wasserwechsel oder meine Panne an der Stelle war eine Wasserwechselpanne. Das heißt, in dem Falle einfach wirklich dumm nicht das richtig quasi entleert zu haben, sodass halt kein Wasser nachlaufen kann und dann hatte ich halt hier im Zimmer damals wirklich so richtig schön 20 Liter Wasser stehen mit keiner Ahnung wie vielen Handtüchern das alles wieder eingesammelt. Also an der Stelle der Tipp für euch, wenn ihr regelmäßig Wasserwechsel macht mit einem Schlauch und einer Mulmglocke, sorgt immer dafür, dass entweder der Schlauch leer ist, das heißt, dass kein Wasser mehr nachlaufen kann oder dass man halt wirklich einen Absperrhahn da mit dran hat, dass halt auch kein Wasser nachlaufen kann, dass ihr jetzt auf einmal keine Wasserlache bei euch im Zimmer drin stehen habt, gerade wenn man natürlich auch in einem mehrstöckigen Haus wohnt, ist es halt vielleicht etwas schwieriger. Ich bin hier im Erdgeschoss, wo auch kein Keller drunter ist, das heißt, da kann jetzt zumindest keine andere Wohnung oder sowas noch mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber lasst euch das gesagt sein, immer doppelt aufpassen. Auf der anderen Seite eine etwas traurigere Panne ist zum Beispiel auch ein Sauerstoffmangel in meinen Aquarien gewesen. Das war auch schon mit dem Alpensee, nicht mit dem Alpensee, also mit meinem vorherigen 80-Liter-Becken, da war eine ganze Menge an Rotala drin und die habe ich halt wuchern lassen ohne Ende. Das heißt, gefühlt das halbe Becken war voll mit Rotala und habe dann gedacht, okay, jetzt ist langsam mal Zeit, so einen schönen Radikal-Rückschnitt zu machen und bin dann halt an einem Abend hingegangen bei meinem normalen Wasserwechsel und Reinigungen, die ich so an meinem Aquarium durchführe und habe dann gedacht, das ist eine gute Idee, komplett wirklich Radikal-Rückschnitt, also wirklich bis auf, ich glaube, drei oder vier Zentimeter die Rotala überall abzuschneiden und hatte an der Stelle aber leider auch noch ein paar Pinselalgen an einer Stelle und habe dann gedacht, hey, weißt du was, eigentlich ist es ja eine gute Idee, jetzt, wenn du so viel sehen kannst in dem Aquarium, noch so eine richtig schöne Easy-Carbo-Kur mit reinzubringen. Das heißt, wir haben quasi alles an Pflanzenmasse rausgeholt, was das Aquarium, gut, es waren natürlich noch Bodendecker mit drin, aber so was in die Wassersäule quasi reinragte, eigentlich ja nur die Rotala, das heißt, quasi fast alles an Pflanzenmasse rausgeholt und dann auch noch so eine schöne Easy-Carbo-Kur mit hinterher, wo man das so richtig schön hoch dosiert und ihr müsst wissen, Easy-Carbo ist halt extrem Sauerstoffzehren, das heißt, ich habe jetzt an der Stelle keine schlechten Erfahrungen gemacht, wenn man dann jetzt mal sagt, okay, ich dünge oder ich kippe dieses Easy-Carbo, man sollte es auch definitiv nicht als flüssig CO2 nehmen, also bitte nicht verwechseln, was da auf der Flasche draufsteht, ich nutze es halt eher so zur Algenbekämpfung, zum Beispiel gerade für Rotalgen ist das sehr, sehr angenehm, wenn ihr da jetzt nur eine geringe Menge reinpackt, ist das am Abend auch kein Problem, aber wenn ihr natürlich jetzt schon darauf geht, okay, ihr habt zum Beispiel im Sommer etwas wärmeres Wasser, das heißt, dass der Sauerstoffgehalt schon relativ gering ist, ihr macht alle Pflanzen raus, sodass halt auch, selbst wenn jetzt noch ein bisschen Licht ins Aquarium reinfällt, kein Sauerstoff mehr von den Pflanzen produziert wird und ihr kippt auch noch Easy-Carbo damit rein, in einer sehr hohen Dosis, dann ist das natürlich gerade ein ziemlich guter Cocktail, um einen Sauerstoffmangel im Aquarium herbeizuführen und so war es dann halt auch, ich habe das Ganze da mit reingemacht und am nächsten Morgen ging halt die Beleuchtung an und natürlich in den Momenten, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann, ich hatte einen wichtigen Termin auf der Arbeit, das war noch vor Corona, musste dann halt zur Arbeit fahren und stell dann fest, so, oh, gefühlt drei Viertel meiner Garnelenpopulation, die im Aquarium waren, lagen schon wirklich tot in der Ecke, die anderen waren halt wirklich entweder komplett still und haben sich fast gar nicht mehr bewegt oder waren komplett an der Wasseroberfläche, was dann halt so ein bisschen auch auf so einen Sauerstoffmangel hindeutete und ja, dann natürlich Notwasserwechsel, die toten Tiere entfernt, alles das natürlich noch vor der Arbeit und das ist halt so ein Punkt, wo man dann im Nachgang auch dann nicht auf der Arbeit sitzt und denkt so, ja gut, das wird schon alles wieder, sondern man macht sich natürlich die ganze Zeit Gedanken, okay, woran hat es denn gelegen, nicht, dass ich nachher nach Hause komme und gar nichts mehr in dem Aquarium lebt, das heißt an der Stelle immer aufpassen, gerade im Sommer, wenn es warm ist, dann auch noch mal die Easy Carbo, seid auf der Hut, wenn es gerade um Sauerstoffmangel geht, darf man das natürlich nicht unterschätzen und man muss auch immer die Symptome richtig deuten, gerade wenn es dann zum Beispiel auch darauf hingeht, okay, hey, ich habe zum Beispiel eine Nitritvergiftung, die sich ähnlich äußert wie ein Sauerstoffmangel, das heißt, dass man das immer gut unterscheiden kann. Auf der anderen Seite kann ich euch noch so einen kleinen Osmose-Fail mitgeben, ich nutze ja jetzt hier schon seit einem Jahr eine Osmoseanlage und habe da auch schon einige Fails mit erlebt, das heißt, über Eimer, die übergelaufen sind, über Kanister, ich mache es jetzt halt so, weil die Osmoseanlage ist nicht ganz so leistungsfähig und deswegen gehe ich halt immer hin und befülle mir so fünf Kanister, die man auch im Baumarkt kaufen kann, hier distilliertes Wasser, da, wenn die leer sind, nutze ich die halt weiter fürs Aquarium und habe dann halt quasi die genutzt, um dann halt das Wasser aufzufangen und am Anfang war ich irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend nicht so richtig intelligent, keine Ahnung, ich habe diese Kanister immer neben das Becken gestellt, anstatt in das Becken hinein, habe ich die dann halt neben das Becken gestellt und ihr könnt euch überlegen, wenn man nicht rechtzeitig wieder dran ist, das Aquarium oder die Osmoseanlage zum Beispiel abzudrehen und es halt vergisst, dann ist es natürlich so, dass das Wasser, was dann überläuft, natürlich nicht in den Abfluss reinläuft, sondern halt schön einmal quer durch die Bude durchläuft und dann halt, ja, sich überall verteilt und wie soll ich sagen, war es natürlich auch so, dass ich vergessen habe, mir einen Wecker zu stellen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchte das, bis die fünf Liter voll sind, ich habe es vergessen, habe es schön vorm Schlafengehen angemacht, habe dann vergessen, das Ganze auszudrehen, das heißt, diese Osmoseanlage hat so munter neun, acht, neun Stunden schönes Osmosewasser gefüllt hat, was dann halt einmal quer durch die ganze Bude durch den Keller gelaufen ist, weil wir hier unten im Erdgeschoss natürlich sind, das heißt, in dem Falle war dann so schön, ich habe mal durchgerechnet, so ungefähr 40 Liter aus dem Dingen ausgelaufen, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen hochrechnet, das heißt, in dem Falle, wenn man jetzt so guckt, okay, vielleicht so sieben Stunden ist es dann übergelaufen, in dem Sinne, dann muss man sagen, ja, dort war schon eine ganze Menge und das hat mich einiges an, ja, nicht Tränen, aber an, an Schweißvergießen gekostet, diese ganzen Liter wieder zusammenzusammeln, glücklicherweise ist es so, dass das Ganze halt ein gefließter Bereich war, das heißt, dass es jetzt nicht irgendwie unter Laminat oder auf Parkett gelaufen ist, sondern halt wirklich nur im Keller war, das heißt, so halb so wild, aber trotzdem, ich kann euch sagen, also wenn ihr eine Osmoseanlage habt, guckt immer darauf, dass der Behälter wirklich im Becken drin steht, das heißt, wenn ihr es mal vergesst, dass das Ganze dann nur ins Becken überläuft, das hatte ich nämlich jetzt auch schon, dass ich dann halt einfach mal über Nacht vergessen habe, die Anlage abzuschalten, war aber jetzt an der Stelle nicht schlimm, weil dann das Osmosewasser halt einfach nur wieder in den Abfluss gelaufen ist, war jetzt quasi Wasserverschwendung, aber zumindestens kein Wasserschaden und an der Stelle halt immer Augen auf, gerade wenn ihr natürlich dann auch noch eine Osmoseanlage habt. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann das jeder so ein bisschen nachvollziehen, das ist die nächste Panne, die ich habe, nämlich eine Düngerpanne und gerade wenn man vielleicht noch mit der Düngung einsteigt, also noch nicht so viel mit Düngung zu tun hat, dann stellt man sich immer so die Frage, okay, wie viel Dünger muss ich denn jetzt da wirklich reinkippen? Und ich glaube, das machen wir alle falsch. Also ich habe das, mache es jetzt noch teilweise falsch, dass ich manchmal nach den Herstellerangaben dünge und dann feststelle, hm, da ist schon wieder so eine richtig schöne Algenplage im Aquarium, das heißt, nur weil man jetzt mehrere Jahre Erfahrung hat, heißt das definitiv nicht, dass man immer alles richtig macht. So, aber ich habe mir gedacht, hey, es ist ja eine coole Möglichkeit, ich habe gerade meinen Wasserwechsel gemacht, ich fahre jetzt sowieso bald dann eine Woche auf Dienstreise, dann ist es doch eine gute Möglichkeit, jetzt auch nochmal richtig schön meine Dosieranlage, ich hatte gerade die Shihiros Dosieranlage neu, die jetzt auszuprobieren und dann damit halt dann schön die Woche zu düngen. Ja, wenn man sich natürlich dann an die Herstellerangaben hält und jede Woche oder jeden Tag halt extrem viel Dünger damit reinpumpt, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, gerade wenn man ab einer Woche wieder kommt, dass das Aquarium nur noch eine grüne, Algenhölle ist, mehr oder weniger, also mehr war es nicht mehr, man hat fast keine Pflanzen mehr gesehen, man hat kein Hartscape mehr gesehen, man hat nichts mehr gesehen, es war nur noch voll mit Fadenalgen, Pelzalgen, was weiß ich, also nur noch Algen, Algen, Algen und ich habe mir so gedacht, ach du Scheiße, kriegen wir das überhaupt nochmal in den Griff und an der Stelle, Surprise, Surprise, wir haben es in den Griff oder ich habe es in den Griff bekommen, aber halt auch wirklich mit sehr, sehr viel Schweiß, das heißt wirklich, alles an Algen versucht, an Algenmasse rauszubringen, was im Aquarium drin war und dann halt wirklich über mehrere Wochen immer wieder Algen nachschrubben beziehungsweise dann halt gucken, passt die Düngung, passt das CO2, passt das Licht, das heißt ein Learning aus dieser Sache könnte für euch jetzt sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal in Urlaub fahrt, auf Dienstreise seid oder halt einfach mal mehrere Tage, Wochen von zu Hause weg seid, dann guckt einfach, dass das Aquarium stabil läuft und ändert im Vorfeld nicht so viele Dinge, zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, jetzt gehe ich aber nochmal eine Stunde oder zwei Stunden mit der Beleuchtung rauf, das kann halt auch wieder Algen begünstigen, gerade wenn ihr dann halt nicht da seid, um einzugreifen, verschlimmert sich das Problem natürlich umso mehr noch oder dass man sagt, okay, jetzt wechsle ich nochmal schnell den Filter vorher oder bringe nochmal irgendwie eine neue CO2-Anlage ein, die noch nicht richtig eingestellt ist und dann hat man nachher irgendwie zu viel CO2 im Aquarium oder zu wenig, das heißt, dass gerade wenn ihr wisst, hey, ich bin jetzt einfach mal für ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen vielleicht im Sommer im Urlaub und so und kann da jetzt nicht ans Aquarium ran, dass man dann halt guckt, okay, ich mache irgendwelche Änderungen vielleicht eher, wenn ich zu Hause bin, das heißt, das ist vielleicht noch so ein Punkt und dann kommt noch meine Lieblingspanne, so als Informatiker kann ich sagen, Chapeau, hast du gut gemacht, nämlich meine Smart Home Panne, ich habe ja hier meine ganzen Geräte, die ich an dem Alpen 60p mit dran habe, über solche smarte Steckdosen laufen, das heißt, in dem Falle habe ich mir mal überlegt, hey, es wäre eine coole Sache, wenn ich mir so ein Dashboard aufbaue, wann welche Zeit, also quasi wann welche CO2-Anlage angeht, wann das Licht angeht und so weiter und so fort, wie die Temperatur ist und das war auch an sich ganz cool, aber man muss immer bei diesen smart Steckdosen immer am Anfang einstellen, hey, wenn jetzt mal ein Stromausfall war, in welchem Zustand soll das Gerät denn zurückkehren? Soll das zum Beispiel angehen, soll das ausgehen oder soll es halt einfach den Zustand haben, den es vorher hatte? Und ich hatte noch eine relativ alte Version, bei der das zu Beginn erstmal nicht einstellbar war und dann durch Updates dann einstellbar war und als das dann einstellbar war, habe ich gedacht, so ja gut, gerade der Filter ist natürlich wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo mal ein Leck hast oder sowas und der zum Beispiel dann durch Kurzschluss ausgeht, dass der halt nicht immer wieder, wenn dann irgendwie mal wieder Strom da ist oder so, dann direkt wieder reingeht und dann halt den Filter wieder anmacht oder sowas. Das waren so meine Gedanken. Wenn ich jetzt so überlege, muss ich sagen, ziemlich dumm, denn wenn natürlich Stromausfall ist und den hatten wir jetzt öfter mal in den letzten paar Wochen, gerade weil halt hier Transformatoren kaputt waren und dann war irgendwo wieder ein Auto gegengefahren, also wir hatten schon einige Stromausfälle jetzt gerade in so den letzten zwei, drei Monaten oder sagen wir mal im Laufe des Jahres jetzt, ja, dann muss man halt sagen, so, dann ist der Filter aus und alle anderen Geräte gehen an und signalisieren dir als Aquarianer, hey, dein Aquarium läuft ja wieder. So, wenn man aber nicht daran denkt, dass der Filter jetzt eigentlich aus ist, hat man ein Problem und genau das Problem hatte ich nämlich dann auch, dass halt nach dem ersten Stromausfall, wo ich das noch nicht so im Kopf drin hatte, dass jetzt der Filter ja aus ist, dass dann halt der Strom wieder da war nach zwei, drei Stunden und ich dann vergessen habe, den Filter anzustalten und dann war der Filter so schön 24, auch länger, vielleicht noch 26 Stunden schön ohne Strom. Gerade so bei so Außenfiltern ist es natürlich auch immer so eine Sache, wie lange überleben die Filterbakterien drinne? Ich sage immer, okay, so ganz so krass, nach einer halben Stunde sind die Filterbakterien tot oder so, so muss man das jetzt nicht sehen, aber gerade wenn es halt über mehrere Stunden geht, dann kann man halt definitiv davon ausgehen, dass halt da irgendwie zumindest an dem Filterbakterien Bestand ein kleiner Schaden auftritt und so war es dann halt an der Stelle auch beziehungsweise kann ich natürlich jetzt nicht nachmessen, aber es ist natürlich so, dass wenn der Filter mal 24 Stunden gestanden hat, ja schon einige Filterbakterien wahrscheinlich darin abgestorben sind und das kann man halt einfach verhindern, indem man seine Geräte richtig konfiguriert, also was kannst du daraus lernen, wenn du smarte Steckdosen gerade bei deinem Filterheizer oder sonst irgendwas Wichtigem verwendest, gucke immer darauf, wie die ganzen Dinge konfiguriert sind, gerade wenn du mal einen Stromausfall hast und das könnte ja jetzt auch gewesen sein, wenn ich zum Beispiel mal zwei Wochen in Urlaub bin, dann läuft halt zwei Wochen der Filter nicht und das kann definitiv nicht sein, das heißt, da solltet ihr definitiv nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, sondern wirklich auf die Konfiguration gucken und schauen, dass das alles so in Ordnung kommt. Gut, so, das war es von dieser Podcast-Folge, wenn du jetzt bei Spotify oder bei Apple Podcasts zuhörst, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung sehr freuen, du kannst auch gerne mal bei Spotify hier unten in die Umfrage mit reingucken, da habe ich jetzt mal eine Umfrage mit reingepackt, was so deine größten Pannen waren und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, macht's gut, bis dahin, ciao.